Die Schönheit Alanyas wartet darauf, entdeckt zu werden. Diese lebendige Stadt an der östlichen Mittelmeerküste der Türkei bietet mehr als 300 Sonnentage, ein warmes Klima und eine Mischung aus modernem Europa und traditioneller Türkei. Mit ihrer tiefblown Mittelmeerküste, der köstlichen türkischen Küche sowie reicher Kultur und Geschichte ist Alanya das perfekte Reiseziel für Sonne, Meer und Strand. Wenn Sie eine Investition in Erwägung ziehen, bietet Elite City Residenz eine ausgezeichnete Gelegenheit mit 21 Apartments und zwei Geschäften. Die Bauzeit beträgt sieben Monate und es gibt Wohnungsoptionen mit 1 plus 1 und 2 plus 1 Zimmern. Das Projekt liegt im Zentrum von Alanya, nur 500 Meter vom Strand entfernt und in günstiger Nähe zu Banken, Restaurants und Verkehrsanbindungen. Alanya bietet ein hohes Potenzial für Renditen aus Investitionen und Mieternahmen. Die Stadt ist ein beliebtes Ziel für ausländische Immobilienbesitzer, wobei fast 15 Prozent aller ausländischen Eigentümer Alanya wählen. Die Elite Group, der Entwickler von Elite City Residenz, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und einen Ruf für die fristgerechte Fertigstellung preisgegründter Projekte. Alanya bietet zahlreiche nahegelegene Sehenswürdigkeiten, wie den berühmten Kleopatra-Strand, die Damnatashöhne, die Burg von Alanya und den Yachthafen. Dank der einfachen Anbindung an Verkehrsmittel können Sie die Region erkunden und alles erleben, was diese pulsierende Stadt zu bieten hat. Elite City Residenz verfügt über eine Vielzahl von Einrichtungen im Projekt, darunter einen Außenpool, einen Miniclub, eine Sauna und ein Fitnesscenter. Zu den Ausstattungsmerkmalen der Apartments gehören Klimaanlage, Küchenschränke und dekorative Deckenlasten. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, in Alanyas florierenden Immobilienmarkt zu investieren. Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen über Elite City Residenz zu erhalten und die Schönheit des Lebens in diesem mediterranen Paradies zu genießen.